Heute erzähle ich Ihnen von Alison Stocke, einer ehemaligen amerikanischen Hochspringerin, die Mitte der 2000er Jahre für ihre sportlichen Fähigkeiten und ihr auffälliges Aussehen bekannt wurde. Und am Ende erzähle ich dir, wie sie jetzt lebt. Ihr seid auf dem Kanal 100 Jahre Sport und wir starten durch. Alison wurde am 22. März 1989 in Newport Beach, Kalifornien, geboren. Sie begann schon in jungen Jahren mit dem Sport und wollte zunächst in die Fußstapfen ihres älteren Bruders treten und fing mit dem Turnen an, wechselte dann aber in die Leichtathletik und stellte schnell ihr Naturtalent im Stabhochsprung unter Beweis. Stocke wurde schnell zu einem der besten Stabhochspringer in Kalifornien, gewann mehrere Wettbewerbe und stellte mehrere Rekorde auf. 2004 gewann sie die US Junior Pole World Champions Hips mit einem Sprung auf 3,81 Meter. Sie trat weiterhin auf nationaler Ebene an und stellte 2005 mit 4,11 Metern einen neuen Junioren-Weltrekord auf. Ihre Gewölbe waren die besten, die jemals von Amerikanern im Alter von 15 und 16 erreicht wurden. Obwohl sie sich in der High School das Bein brach, konnte sie zweimal das CIF California State Meet, California Interscholastic Federation, gewinnen. Im Jahr 2007 änderte sich Stockes Leben dramatisch, als ein Foto von ihr, das bei einer Leichtathletik-Schulveranstaltung aufgenommen wurde, viral wurde. Auf einem Foto, das von einem Journalisten für die kalifornische Leichtathletik-Website aufgenommen wurde, war Alison auf dem Bild so hinreißend, dass das Foto mit der Überschrift Stabhochsprung ist sexy, kaum legal, schnell viral wurde. Kein Wunder, sie war damals erst 17 Jahre alt. Das Foto wurde dann von großen Nachrichtenagenturen nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt aufgegriffen, was zu unerwünschter Aufmerksamkeit und Objektivierung von Stocke führte. Das Foto erhielt viele Kommentare, aber die meisten betrafen eher sexy Aussehen. Alison selbst sagte in einem Interview mit der Washington Post, auch wenn nichts davon illegal ist, wirkt es einfach alles wirklich demütigend. Ich habe so hart am Stabhochsprung und all dem Zeug gearbeitet und es spielt fast keine Rolle. Niemand sieht es. Tatsächlich sieht niemand mein wahres Ich. Nach dem Abitur trat Stocke in die University of California in Barclay ein, wo sie nicht nur im Stabhochsprung, sondern auch im Studium und schließlich als Diplomsoziologien beachtliche Erfolge erzielte. Trotz ihrer negativen Medienerfahrung inspiriert Stocke weiterhin andere mit ihren sportlichen und modellierenden Aktivitäten. Sie hat für große Marken wie Nike, Athleta und Uniqlo gemodellt. Sie erschien auch in einem Video mit einer an ihrer Stange befestigten Kamera, um das Innenleben des Sports zu zeigen und für Actionfilmausrüstung zu werben. Auf ihrem Blog für Athleta schrieb sie, ich möchte Frauen dazu inspirieren, stark und selbstbewusst zu sein und ihre einzigartige Schönheit und ihre Stärken anzunehmen. Jetzt ist Alison Stocke die glückliche Ehefrau des amerikanischen Golfprofis Ricky Fauna. Das Paar verlobte sich 2019 und begrüßte im November 2021 ihre Tochter Maya. Aber trotz ihrer öffentlichen Karrieren versuchen sowohl Fauna als auch Stocke, ihr Privatleben geheim zu halten. Die Stabhochspringerin unterstützt ihren PGA-Jemand jedoch immer noch sehr in den sozialen Medien. Alisons Geschichte beleuchtet das Problem der Objektivierung weiblicher Athleten in den Medien und die Auswirkungen, die dies auf ihr Leben haben kann. Es zeigt jedoch auch, wie Belastbarkeit und Entschlossenheit ihr geholfen haben, den Ruhm, der plötzlich über sie hereinbrach, einzudämmen und zu ihrem Vorteil zu nutzen. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu schreiben, Leak es zu setzen und den Kanal zu abonnieren, hier wird über Sport gesprochen.